Da fährt. Oh, da ist schon mal noch ein Brander. Ein Brander hat mich entdeckt. Wo läufst du hin? Junge! Oh, zieh wieder nix. Die Jagd beginnt sehr schön. Na los, alter. Kostbare Zeit. Ja. Da hab ich mir wohl gemorben. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Zunge, oder? Mhm. Fetter. Ich hab gerade gekehrt. Ja. Oh, der Feuertyp, alter, er kommt hier ran. Er kommt. Schön, Kinderhaken, alter. Nice. Yes. Und da liegt er im Dreck. Aber ich finde, den kann man es richtig geil machen, dass die Türen auftreten wollen. Ja, ja. Boah, Schweinebogen, alter. Ja. Da fährt. Du sollst das erschießen und nicht wecken. Du sollst das erschießen und nicht wecken. Da gibt es wenigstens ein paar Punkte. Fliegenschlampe links. Die sind da, genau. Die sind da, genau. Die sind da. Was denn? Nein, Kugel, den siehst. Ey. So. Artenperrisch. Läufst du hin? Nach Artenperrisch. Ah ne, wenn nicht. Rechts von uns Schießerei. Oh. Fächert sich schon wieder einer den Wolf, alter. Artenperrisch hasse ich, alter. Schlechter haben sie schon. Okay. Oh, da ist schon mal noch ein Brander. Äh, ein Brander hat mich entdeckt, alter. Hau ihn zusammen. Sehr schön. Da ist ein Hinweis. Oh. Das ist mal noch. Mhm. Da ist ein Hinweis. Wollen wir ihn holen? Ja. Wollen wir ihn holen? So. Da haben wir jetzt 75 Dollar. Und die Idioten können jetzt alle da runter rennen. So. Und was machen wir? Wollen wir auch da hinrennen? Oh. Ich will denken, da haben sie noch 140 gegeben. Wie dort sagen wir, laufen wir... Ha. Gehen wir jetzt den Mähbettel hin. Und fangen wir es ab. Oder dann machen wir zehnmal Holzverarbeitung. Weil da werden sie auf alle Fälle vor uns sein. Und die, die haben glaube ich eh schon viel gearbeitet. Da gehen wir runter, Hemlock und Heid. Mhm. Hinter uns? Hinter uns wird gekämpft. Komm, die fangen wir ab. Da, ich sehe sie. Nicht um ein Licht. Sehr gut. Da haben wir alle zwei, oder? Ja. Nein. Nein, Mannu mach keinen Scheiß. Nein. Du läufst noch rum Alter. Wo läufst du hin? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh nee, scheiße. Waren die ihre Waffen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Scheiße Alter, nein, oh nein, du bist raus, starte neu, oder meinst du, ich kann dich dann wiederbeleben? Du wusstest. Weil alle zwei hätte ich jetzt nicht mal geschafft, ich hab den ehren angehittet, dann kam sein Kumpel, den hab ich 3 Jahre verpasst, da war meine Waffe leer, den hab ich ja mit der letzten Patrone umgenietet. Oh bitte. Und dann hab ich's gehört, bam, war der zweite tot, ah, was für eine Erleichterung. Wenn du neu gestartet hast, sagst du Bescheid? Ich bin gerade noch reingehen. Okay. Also du willst mir Einladung schicken? Ne, ich will dich aufheben, oder? Das funktioniert, bitte? Ob ich dich dann aufheben kann? Und du zurück ins Spiel kommst? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Du bist mit Campus 6 oder sowas, aber du schickst mir Einladung. Ich schick dir eine Einladung? Ah, okay. Ich bin einfach weitergelaufen, oder? Ja, ja. Du bist irgendwie über die Brücke heran, zielstrebig gegen einen Baum. Und dann bist du dort umgefallen. Ohne Scheisse, wenn es die Sprüche irgendwo anders zu kaufen muss. Wir haben festgestellt, dass deine Verbindung zum Servo gebrochen wurde. Dein Spielstand wurde auf den Status zurückgezogen. Ich habe den Vertrag angenommen raus. Entschuldigung. Ja, leck mich doch. Na, ganz toll, Alter. Laufen wir ein. So, Hauptsache ich fliege jetzt nicht raus irgendwie. Zum Zuschauen einladen. Na, geht nicht, oder? Ich kann dich nur zum Zuschauen einladen. Fuck. Oh, ich bin raus, Alter. 500 Punkte. Ah, ja. Über常. Oh, ich bin jetzt bestimmt. Chciension, Kept all demandest du 싶st. mit ihm. Chao. Es macht dissonstattapt.